Der Narr liest Unternehmen Babel von Ephraim Kishon Es begann damit, dass ich zwecks Einfuhr eines Röntgenapparates bestimmte Schritte unternehmen Ich rief im Ministerium für Heilmittelinstrumente an und erkundigte mich, ob man für die Einfuhr eines Röntgenapparates eine Lizenz benötigte, auch wenn man den Apparat von Verwandten geschenkt bekommen hat und selbst kein Arzt ist, sondern nur an Bulbos duodentitis leidet und den Magen so oft wie möglich mit Röntgenstrahlen behandeln muss. Im Ministerium ging alles glatt. Am Informationsschalter saß ein junger Mann, der seinen Onkel vertrat. Der Onkel war gerade zur Militärübung für Reservisten abkommandiert, und der junge Mann schickte mich zum Zimmer 1203, von wo man mich auf Nummer 4 umleitete. Nachdem ich noch die Nummer 17, 3, 2004, 81 und 95 absolviert hatte, erreichte ich endlich die Nummer 604, das Büro von Dr. Barcianid, Konsulent für externe Röntgenbestrahlung. Vor Zimmer Nummer 604 stand niemand, trotzdem wurde ich belehrt, dass man nur mit einem nummerierten Passierschein eintreten dürfte, der auf Nummer 18 erhältlich sei. Diese Passierscheine sollten die lästige Schlangenbildung verhindern. Vor Zimmer Nummer 18 stand eine entsetzlich lange Schlange. Ich rechnete blitzschnell, selbst wenn niemand länger als 30 Sekunden bräuchte, und jeder Fünfte durch plötzlichen Tod ausfiele, käme ich frühestens in fünf bis sechs Jahren dran, das ist angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse, unter denen wir leben, eine sehr lange Zeit. Eine gewisse Selbstsucht, die mich immer wieder befällt, verleitete mich, Zimmer Nummer 17 zu betreten und von dort in Zimmer Nummer 18 vorzudringen, wo man die Nummernscheine zur Vermeidung von Schlangenbildung bekam. Der Beamte war offenbar ein medizinischer Laie. Er glotzte mich verständnislos an. »Was?« fragte er. »Wie? Wieso?« Und in diesem Augenblick kam mir der erlösende Einfall, der sehr wohl zu einem epochalen Umschwung in der Geschichte des israelischen Schlangenstehens führen könnte. »Was?« äußerte ich in fragendem Tonfall und mit einem freundlichen Lächeln. »Schmuse, Grogi, Latin?« Das blieb nicht ohne Wirkung. »Rätst du Jiddisch?« fragte der Beamte. »Oder vielleicht du rätst Englisch?« »Wadigosche, Plokai.« »Rätst du François?« »Witschir, Ubugiwitschir.« Der Beamte erhob sich und rief seinen Kollegen aus dem Nebenzimmer. »Der arme Kerl spricht nur Ungarisch,« informierte er ihn. »Du stammst doch aus dieser Gegend. Vielleicht kommst du dahinter, was er will.« »Schawari«, sprach der andere mich an. »Temid a Karolmama?« »Lavaritschko, Keplokai«, lautete meine prompte Antwort. »Latiten.« »Wie bitte?« Der Transsilvanier versuchte es noch mit Rumänisch und einem karporudnischen Dialekt, zuckte die Achsel und ging. Als nächster kam ein hohlwangiger Kassierer aus der Abteilung für Kalorienforschung und unterzog mich einer arabischen, einer türkischen und einer holländischen Dvadigok und hob bedauernd die Arme. Ein Ingenieur aus dem zweiten Stock ging mit mir fast alle slawischen Sprachen durch. Das Ergebnis blieb negativ. So dann wurde ein Botenjunge aufgetrieben, der Finnisch sprach. »Schmusik«, wiederholte ich verzweifelt. »Schmusikrogi«. Der Moderator für die Belebung toter Sprachen wollte mich in eine lateinische Konversation verwickeln. Der Generaldirektor des Amtes in eine retoromanische »Virichir« war alles, was sie aus mir herausbekamen. Eine unbekannte Dame erprobte an mir ihre italienischen, spanischen und japanischen Sprachkenntnisse. Der Portier des Gebäudes, ein Immigrant aus Afghanistan, nahm mit Freuden die Gelegenheit, war einige Worte in seiner Muttersprache zu äußern und gab freiwillig noch einige Brocken am Ein Buchhalter, Pygmäe und möglicherweise Kannibale, versuchte sein Glück mit dem Dialekt des Balubalustammes. Um diese Zeit war bereits eine ansehnliche Menschenmenge um mich versammelt, und jeder entwickelte seine eigene Theorie, woher ich käme und was ich wollte. Die Schalterbeamten tippten darauf, dass ich der Mischling einer Mästizenmutter mit einem weißen Indianervater sei. Die Buchhalter hielten mich für ein Eskimo, was jedoch vom Leiter der Osteuropaabteilung, der selbst ein Eskimo war, entschieden bestritten wurde. Der Chefkontrolleur des Amtes für verschwindende Vorräte unternahm einen tapferen Klärungsversuch auf Siamesisch, scheiterte jedoch an meiner soliden Verteidigung des Stavaritschok. Nicht besser erging es dem Verwalter der öffentlichen Illusionen auf Aramäisch, Plokai, Wallonisch, Baskisch, Bukivitschir, Norwegisch, Papuanisch, Griechisch, Portugiesisch, Tibetanisch, Ladinisch, Litauisch, Suaheli, Esperanto, Volapük. Nichts. Kein Wort. Nach und nach brachen die um mich stehenden Erschöpft zusammen. Da machte ich ein paar rasche Schritte zum Schreibtisch des Beamten und riß, als hätte ich sie eben erst entdeckt, einen der dort liegenden Nummernscheine an mich. »Er will eine Nummer!« Die frohe Botschaft verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die Büros und Gänge. »Eine Nummer will er haben! Endlich eine Nummer! Halleluja!« Die Beamten zwangen mir zur Sicherheit einen zweiten Nummernzettel auf, klopften mir auf die Schultern, gratulierten mir, umarmten mich, und wenn ich nicht irre, küßte ein Kassierer sogar den Saum meines Gewandes. Tränen standen in alle Augen, und der Jubel war allgemein. »Dweller!« murmelte ich und war selbst ein wenig bewegt. »Dweller!« Zu Hause fand ich in meinen Jackentaschen noch weitere zwanzig Nummernzettel.